Der Dinosaur-Dueland. Attacke, 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 Splitterfusion. Verbandet die Fusionsmaterialmonster, die auf einer irgendwas liegen und macht damit irgendwas, auf was du da Bock hast. Raxraptor ist jetzt nicht so stark eigentlich. Ähm, der hat nur, von dem kriegt der Joey seinen Rotaugendrachen, seinen schwarzen Rotaugendrachen in der Serie. Das heißt, hier hat er ihn noch nicht. Danach wird der Joey eigentlich erst zu einem, einer Art Dueland. Weil sowas hat der in der Serie nicht, solche Fallen. Der hat da nur so Glücksspielkacke. Und mehr eigentlich nicht. So. Da machen wir mal so einen typischen Joey-Wheeler-Zug, in dem wir sagen, ha ha ha, der ist ja voll stark und haben aber eine Falle. Ganz offensichtlich haben wir hier eine Falle liegen. Kriechtrache Nr. 2. Monster-Tor. Oh oh. Von der Hand, also hat er ihn nicht auf der Hand, das ist schon mal gut. Ah, um mal her. Wenn du ein Monster-Tor. Wenn du ein Monster als Tribut anbietest, musst du das gewählte Ziel als Tribut anbieten, als ob du das kontrollieren würdest. Du kannst in diese, keine Battle Phase durchführen. Macht nix, mach ich. So läuft der Shit-Cars. Bibel, 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 Bibel. Battle-Fatze geht ja nicht, aber dafür haben wir jetzt ein starkes Monster draußen mit noch eins. Ha 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 ha. So, eine verdeckte Karte. Die wird natürlich eliminiert. Alles wird eliminiert. Shield und Schwert, okay. Das kenne ich tatsächlich noch aus der Serie. Hat er dann im richtigen Moment gegen Ende des Duells gezogen, um dann auf einmal doch noch zu gewinnen. Aber ich glaube, diesmal wird er verlieren. Ohne dass er irgendwie ein Gegner für uns wäre. Es wirkt gerade zumindest so. Schauen wir mal, was da noch am Ende dabei rauskommt. Ein Kampfstier. Ja, den hebe ich mir mal auf, weil ich den Seelentausch nochmal brauche. Ich glaube, der hat keine starken Verteidigungsmonster. So, noch tausend Lebenspunkte. Kriegen wir hin, denke ich. Warum er das jetzt macht, kann ich nicht erklären, aber das war ein Fehler. So, jetzt gewinne ich tatsächlich mit einer perfekten Runde. Attacke! Gewonnen! Jawolle! Hat keine drei Minuten gedauert, glaube ich. So, Rex Raptor, aber ich habe ja gesagt, der ist einfach. So, aber jetzt schauen wir mal. Andersrum wird es wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen schwieriger. Ein wahrer König kehrt zurück. Hm, ist schon mal schlecht. Schon mal schlecht. Ist auch schlecht. Tagteam wäre mal geil, oder? Können sie mal so ein Update machen? Ich glaube, da kommt nichts mehr. Alles klar, wir ziehen dreimal Ödland. Kann man mal machen. Äh, interessante Scheiße, hätte ich jetzt mal behauptet. Das wird einfach mal aktiviert, so. Das wird gesetzt. Schlangennachtdrache, interessant. Urabi! Du bist dran! Urabi ist tot! Scheiße! Hä, 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 hä! Kacke! Blöder Joey. Das war eine ganz auffällige Kombination. Aber er hat kein Monster gespielt. Okay, äh, könnte ein Problem werden. Nee, doch nicht. Ah, das reicht! Attacke! Boom, Alter! Wow! Skid up! Wie unbeziegbar stark ich bin. Und obwohl ich nur Scheiße in meinem Deck habe. Scheiße! Noch mehr Scheiße! Scheiße! Jetzt opfert er den! Scheiße! Ah, mein Ödland kann mich nicht beschützen. Ja, das reicht nicht. Das sind nur 200, gell? Ja. Kacke! Es hätte gereicht, wenn Sogen nicht draußen wäre. Dann hätte es gereicht. Von der Angriffskraft her. Hm, was mache ich jetzt? Jetzt ziehe ich natürlich einfach einen Drachen, sage ich schon. Einen Dino nach dem anderen. Mann, und keiner hilft. Was will ich denn auch mit dreimal Ödland machen? Wie viel Pech kann man denn eigentlich haben? Ist doch Scheiße! Jetzt kann er natürlich sich aufbauen hier. Was ist da los? So, der ist Stufe 6 oder niedriger. So, ich brauche was, das den vernichtet. Sieh, der wird von deiner Hand beschwören. Wenn er verschworen wird, aktiviere diesen Effekt. Dann kann ein Monster von... Ich würde das gerne lesen. Von seinem Friedhof beschwören. Ja gut, aber die Spezialbeschwörung bringt mir nichts, weil der... Den bräuchte ich quasi zweimal. Solange der auf dem Friedhof liegt, kann sie nicht verbraten. Jedes Mal, wenn einem auf dem Friedhof gelegt werden. Mann, nervt mich nicht! Du kannst diese Karte beschwören, oder das ist eine Stufe kleiner, oder gleich der Anzahl der Marken. Aber es sind 2000 Verteidigungen. Das reicht also, um ihn zumindest im Schach zu halten. Der greift mich jetzt nicht echt an. Wäre jetzt auch komisch gewesen. Ja, das... Äh... Ah! Okay, das war nicht so clever. Das habe ich vergessen, dass das dahin gelegt wird. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Ja gut, ähm, schlecht. Dass ich jetzt genau den da ziehe... Ah, scheiße. Oh, cool. Ein Drachenschatz. Oh, cool. Oh, wie toll. Yeah, super, klasse. Inspirierend. Äh... Ja, das war's. Okay. Blöd. Aber das hätte auch anders laufen können. Wenn ich statt zweimal Ödland vielleicht was anderes gehabt hätte auf der Hand, wäre dieses Duell eventuell zugunsten in meine Richtung gegangen und scheiße, schon wieder verloren. Das weckt Erinnerungen gerade. Kam... Hat, glaube ich, im Duell davor genau so angefangen. Dann hatte ich dreimal Ödland. Ah ja, schau mal an. Kein Ödland. Wenigstens eins wäre gut gewesen, aber gut. Ja, alles klar. Eins, acht. Und noch eine verdeckte Karte. So, jetzt gib mir was. Das kommt, Ödland. Nein. Was mit dir? Die Wiedi sind weg. Dein Gegner kann... Ach, von dein... Okay. Das heißt, ich kann ihn Spezial beschwören. Aber das würde ja jetzt nicht reichen. Weil ich zwei Monster brauche für meinen Schlangen-Nachtdrachen. Macht nichts. Der kommt jetzt auf die Hand. Ciao, vierte. Kann er mich nicht beschwören ohne Tribut. Ha! So, Gildasaurus habe ich jetzt zweimal. Spezial beschwören. So. Spezial beschwören. So. Aber nicht. Beschwören. Ja. Auf Wiedersehen. Hier kommt der Schlangen-Nachtdrache der totalen Vernichtung. Der jetzt nicht so stark ist, wie man erwarten würde, aber er ist zumindest anwesend. Beide Effekte. Okay. Aber er ist nicht tot. Das ist ja schon mal was. Okay. Okay, in der nächsten Rote ist er weg. Denn natürlich gehst du wieder in die Angriffsposition. Ist ja Logo. So. Zweiköpfiger König Rex. So. Du greifst den an. Und Direct Attack! Wir enden den Zug. Verdeckte Karte. Damit kann ich leben. Bam, bam, bam. So. Das wird gesetzt. Kriechtrache Nr. 2. Da bringt ihn auch sein Sogen nichts. Sehr schön. 3.950 verliert er. Schön. Wenn es gut läuft, ist er nächste Runde. Du, 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 du. Au. 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 Ich denke, das war's. Okay, das war jetzt wirklich ein sehr kurzer Part, wenn ich jetzt gewinne. Ja, das war's. Ähm, egal. Part ist Part, Duell ist Duell. Auf Wiedersehen. Gut, wieder mal was geschafft. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben.